Die liebe Elisabeth ist schon vor 10 Jahren von uns gegangen. Oh, das tut mir sehr leid. Nein, nein, nicht doch. Wir hatten 47 schöne Jahre miteinander und mehr kann man wohl nicht verlangen, oder? Und ihre Tochter. Seit ihre Mutter gestorben ist, haben Jenny und ich gewissermaßen den Kontakt verloren. Oh. Sie hat ihre eigene Familie. Menschen werden einander fragt. Das Leben geht weiter. Nun, Sie sind mir hier jederzeit willkommen. Es...